Zum Wort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Dr. Strolz, Kolleginnen und Kollegen, dem Unterrichtsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1445aE betreffend Bekenntnis zum Rückzug der Parteipolitik aus der Schulverwaltung, eine Frist bis zum 20. Juni 2017 zu setzen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diese Fristsetzung sind, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt.